Grüßt euch vor dem Biest! Wendet eure zitternden Herzen! Den Füßen und Wunderschönen! Ah, da ist unser feines Pferd! Ja, das sieht hier großartig aus! Goldene Scheuklappen! So das Beste! Ich darf trotzdem zu Fuß weiter! Oha! Ergutscht! Ist das hier wo wir hin müssen? Hier ist so ein dummer fährer Feld! Mitgezogenem Schwert durchs Sonnenbumpfeld! Darum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe! Inwieweit ist es noch? Lohnt sich weiter zu Fuß zu laufen? Oder sollten wir das Pferd doch noch rufen? Ach, sind ja schon so gut wie da! Oha, hier gibt es Stress auf dem Friedhof! Natürlich müssen wir uns hier! Oha, hier gibt es Stress auf dem Friedhof! Okay, wir müssen wohl in die Pferd rein! Okay, wir müssen wohl in die Pferd rein! Wollen wir auch die von oben rein? Oder... Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Bock auf... Kampf! Mal klopfen! Ach! Ne, ich bin doch blöd! Der kommt natürlich nur am Tag raus! Äh, in der Nacht raus! Ich werde hier mal ein bisschen meditieren! Der lässt sich am Tag noch nicht blicken! So, ich muss nur einen anderen... ...Begin-Krypte finden! Pavel Sasko! Von kleiner Statur und großem Geist! Ein feuriger Tänzer vergasleidet zu essen und starb! Die Grabs... Die Grabernschriften sind ja auch... ...herrlich! Das müssen wir jetzt gleich mal machen! Carolina... ...Stahirira... Es macht keinen Spaß, Schwächtiges zu tun! Wer Blut fließen lassen will, soll das eines Königs nehmen! Ah, ja! Habstein lesen! Bei Mitternacht! Martin Nihalski! Magier und Künstler Ponte Berge versetzen! Hier ist noch einer zum Lesen! Nathalie Moritz! Hofzauberin von Herz... ...Herzogin Adem Marta! Hatte ein Herz wie gewöhnlichen Leute! Havel Banane Banasvik! Schöpfer von Kürbis bei einem... ...hier- ...Aussergewöhnlicher Athlet... ...Stemmte gern schwere Gewichte beziehen! ...Grego... ...Salinski... ...Ah, ja! Magdalena Autorin von einem eifersichtlichen Bediebten gestorben Bedauerlich Lukas Schepankowski starb von eigener Hand als sein Ritterkollegen seinen Schwerzmannskunst vorführen wollte Ein paar lustige Tote auf dem Friedhof Hermann Ghul Weicher Stör nicht die Grabestütter Raffi Yaki hat nie den Rücken gebeugt Erst recht nicht um Rohrens aufzuheben Blutspender ehrenhalber Er gab einen Vampir vom Friedhof und starb Er fand Geschichten und kommandierte die Leute herum obwohl er doch eigentlich nur fliegen wollte und ablässig auf der Suche nach vollkommenen Heiz Forma von Zeit und Raum Bestellt die Felder von Du Stab beim Klang der Musik sprach leidenschaftlich gern und gleich grammatisch das ist unsauber Ah ja Hier haben wir noch ein beleuchtetes Gart Ach die hatten wir doch schon oder Da waren wir doch schon Wir sind im Kreis gelaufen Komponist Er war es der von den blauen Bären Komponier verfasste Oh weil Er wurde also ermordet Hier können wir rein hüpfen Aber ganz vorsichtig Sonst bringt es uns hier noch um Verdammt Verdammt Verteidigen wo ihr Nestres ausschaut Du wirst nicht den Schwerder entstecken Oha Angekommen Treffen wir den Vampir Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof Noch mehr Klischee geht nicht Nein Wohl nicht Du hättest die Tür offen lassen können Und meine Privatsphäre Die ist mir wichtig Ich mag es nicht von ungebetenem Besuch belästigt zu werden Außerdem wusste ich Dass du irgendwie rein findest Ganz recht Ich muss deinen Freund finden Ich hoffe du bist bereit mir zu helfen Ich werde tun was ich kann Aber deine Wünsche und Absichten Spielen kaum eine Rolle Wichtig ist Was Detlef will Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht Dann findest du ihn nicht Punkt Komm schon Das muss doch möglich sein Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht Das präziseste Megaskop wäre zwecklos Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden Der Körper war zerteilt Man fand drei Hände Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor Eine Bruxa hat sich dafür interessiert Was ist denn los? Es ist zweifellos Detlef's Hand Die wird prima funktionieren Okay Die Hand Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covidarius zum Gewebegedächtnis? Hm Da klingelt was Ich habe in der Alchemia Obliteral davon gelesen Es gibt eine alte zerlesene Ausgabe in Kermorhen Wenn ich mich recht entsinne konnte Covidarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen Doch konnte er Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen Wir standen in Kontakt nachdem wir Freunde geworden waren Daher weiß ich Dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte Es ist kompliziert Ohne in Einzelheiten zu gehen Es ist möglich Anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren Was dem ganzen Körper zugestoßen ist Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absurd brauen Für den Covidarius den poetischen Namen Resonanz fand Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance Er löst Visionen von Ereignissen aus Die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind Dem das Gewebe gehört Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen Können wir vielleicht sehen was Detlef hat Bevor er die Hand verlor So ist es Ich hoffe allerdings Dass die Resonanz uns auch verrät Wo Detlef sich verborgen hält Der Ring ist interessant Ich kenne das Metall nicht Und die Verzierungen Er stammt aus unserer Heimat In der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten Er gehört mir Ich erhielt ihn von einem guten alten Freund Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen Er sah uns Vampire als Gäste hier Die ihren Gastgebern Also Menschen und alten Völkern Respekt schulden Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau Und ich wiederum gab den Ring Detlef Um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern Okay Könntest du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire Das muss doch möglich sein Wenn ich ehrlich sein soll Es gibt wirklich eine Möglichkeit Aber glaub mir Wir sollten sie nur dann nutzen Wenn uns keine andere Wahl bleibt Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach Es gibt ein Wesen Das die Autorität und Macht hat Detlef vorbeizurufen Wann und wo es will Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen Kontakt aufzunehmen Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil Über einen offenen Vulkan Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn Ich bin nicht bereit So ein Risiko einzugehen Ich bitte dich Machen wir es so wie ich sage Das geht schneller Und ist einfacher Ah ja Kofinarius hat sein halbes Leben damit verbracht Seine Theorie zu beweisen Es wird wohl nicht einfach sein Diesen Resonanz-Absud herzustellen Richtig geraten Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef Sondern auch ein potentes Occipital-Lappen-Stimulans Also praktisch ein Gift Das empfänglich für Visionen macht Hm Tja wir hätten da eine gewisse Auswahl Leider ist alles recht selten Da wären Blenderdrüsen Aber wir müssten mindestens nach Vysima reisen Speicheln von Fleckenwichten geht auch Aber die sind seit über 100 Jahren ausgestauten Und Koboldaugen wirken ebenfalls Aber Kobolde sind vernunftbegabt Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen Hm Wir haben nicht die Zeit um selbst auf die Suche zu gehen Erlaube, dass ich uns Hilfe hole Tja Tja Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähnt hast. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem allraunen Schnäpschen? Warum nicht? Trinken wir. Zu einem Schnaps sag ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen allraunen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Da gibt's wahrscheinlich einiges. Du glaubst wohl, du kannst mich so einfach in die Falle locken? Ich fürchte, da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben. Eine Herausforderung? Ich bin ganz ohr. Was muss ich tun? Fang du doch an. Was hast du für Geheimnisse? Vampire, interessante Kreaturen. Führen doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Ja. Jetzt hast du ein neues Leben. Einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang? Eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutturst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja. Ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mithilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Ich dachte, wir können das Herz. Wenn wir eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Hm, schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlef nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen, eisigen Terror ertrunken. Hm, hm. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, mein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Weiße Worte. Wer eine Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr. Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Aber irgendwo hat er recht. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlef ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben meines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Zerilla gefunden? Ich habe sie wieder verloren. Damals? Schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Warnlich. Ich bin gerne auf der Jagd. Lese Spuren, finde Hinweise und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund? Hat er dich auch bestimmt verstanden? Tod sicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Einige Zeit später. Der Rabe ist zurück. Immer wachsam. Sogar im Schlaf. Fast wie ein Papier. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Nicht, dass ich wüsste. Und? Was gibt es? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Bländer. Na klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Carroberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Diese hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Hm. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Hm. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon. String dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier. Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Hm. Hm. Was denkst du? Hm. Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie ihn zusammen an? Ah. Professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Ah, Speichel. Wie kommen wir da ran? Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenlicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller... Löffel. Löffel? Löffel? Ich habe mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenlichtschätze. Oder... Die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Löffel ist halt so. Also los, du setzt schon mal den Absurd an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja. Die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Vielleicht, wenn wir irgendwo einen Löffel. Wie kann man dann eintauschen? Hier, ein bisschen Spucke. Das wäre eine Möglichkeit. Nö, keine Zeit zum Kämpfen. Und zu da informiere dich näher über Fleckengewichte, um das Bestiarium-Biest. Okay, das können wir tatsächlich mal machen. Das muss auch früher oder später mal lesen. Nicht jetzt, aber... Früher oder später werden wir das machen. Bestiarium. Das Biest von Big Shoe. Ein Bildschweiner. Fleckenwichte. Wo sind die? Fleckenwichte. Beste Verteidigung. Fleckenwichte besteht in Ruhe und Stille. Abhandlungsfragment über Fleckenwichte von Rodrigue. Fleckenwichte sind eine von Hex form praktisch ausgerottete und unterformte Wichte. Sie sind größer als ihre fleckenlose Verwandten und verdanken ihren Namen den zahllosen Flecken und absondernden ihrer Haut. Fleckenwichte leben meist auf alten Friedhöfen fernab des der Wildens. Es kommt jedoch auch vor, dass sie in verlassene menschliche Behausungen unterkriechen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihren eigenen Absonderungen eine Suppe zu kochen. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich aber nicht bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Es soll etwas mit dem knühen Einsatz des Irrden-Zeichen zu tun haben. Aber vielleicht ist es auch nur Hexer-Garn. Und im wirksamen Kampf haben wir hier Öl, Igni und Irrden. Mit Igni kriegen wir auch Öl. Okay, Igni ist wirksam, also... Mal schauen. Öl können wir einsetzen. Haben wir Öl mit dem Tarn. Öl können wir das mal ausrüsten. Einfaches Öl. Öl haben wir hier. Angriffskraft, nur 20% Angriffskraft gegen den Neko. Moloride und Bestien. Bestien. Sektroide, Hybriden. Verfruchte. Geister, Vampire. Relikte, Dracomiden, was sind die? Mit Bichte bauen sie. Necrophagen sind sie wohl. Fragen. Mal sehen, wir müssen die Neko eindruckshaft gegen den Neko fahren. Das können wir gebrauchen. Das können wir hier gegentauschen. Achso, das können wir auf das Schwert. Fantastisch. 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 In den Bomben können wir hier auch welche. Ich werde zwar jemals wissen, wie wir die einsetzen. Also uns mal über 20% Jahrhundert zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020